Ja, die Liga ist schon sehr stark. Das ist für mich immer der Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, die dritte Liga ist momentan so wie mini zweite Liga. Also auf jeden Fall eine sehr attraktive Liga, sehr starke Liga, von Jahr zu Jahr wird immer stärker und diese Liga ist verdammt schwer zu bespielen. Und wir müssen auch deswegen über die ganze Saison sehr, sehr konstante Leistung abrufen. Ich habe jetzt gerade die Fragen bekommen, dass es vier wichtige Spieler dieses Jahr gibt. Spiele gibt es dieses Jahr gegen Dresden und gegen Chemnitz. Das sind sehr, sehr wichtige Spiele hier. Das weiß ich. Es geht um Prestige, es geht um Selbstvertrauen, es geht auch für die Region sehr viel um diese Spiele. Das ist mir absolut bewusst. Aber es wäre falsch, wenn wir uns nur auf diese Spiele konzentrieren. Wir müssen uns absolut auf jedes einzelne Spiel konzentrieren. Bei jedem Spiel gibt es drei Punkte zu vergeben. Mein Ziel ist ja, von der Mannschaft Siegermentalität zu formen. Und das ist ja, was für mich wichtig ist. Ich muss diese Mannschaft da hinbringen, dass wir jedes Spiel versuchen, auf Sieg zu spielen. Ich muss diese Mannschaft, auf Sieg zu spielen. Das ist ja, was für mich wichtig ist.